Mods ready, Atlas Death Kit is incoming. Hau ab oder du verreckst auch. Wir wurden vorhin von einem Koko gejagt mit einem 183er Level. Du hast mich in Phoenix direkt rennen sehen. Glaube ich gern. Ich so zu Phoenix, wenn der Bildschirm wackelt, wenn du was stampfen hörst, nicht erst umdrehen, renn erst mal. Einfach rennen und dann erst umdrehen. Dann sagt er, wieso? Keine zwei Minuten später wurde ich von einem Koko gejagt. Ich so, deswegen. Ist der Platz? Ist der Platz? Ist der Koko? Ich hebe in die Richtung. Ich hebe. Ich hebe in die Hey! so mittlerweile sollte das stream eigentlich laufen von daher haben zu einem neuen atlas stream genau der andy ist auch wieder mit dabei und gleich wenn der phoenix mal zurück ist auch der phoenix endlich mal ich muss noch mal eben kurz wirken machen schon klar die popo piraten waren vorhin auch kurz hier haben sie sich angeguckt was wir hier verzapft haben oder ich hier verzapft habe ja gemacht habe und ja fanden sie ganz gut wenn wir wissen wollen wie das mit den farben funktioniert im lackieren dann sollen wir eben einmal rüber gehen einer von uns oder beide oder wer auch immer und dann erklären die uns damit du schon mal bescheid weißt was noch mal ich hatte denen die vorhin direkt gefragt von wegen hier mit den farben mit dem lackieren der fahne erklären können und da meinte der von denen gemacht hat der war wohl noch und er selber wusste es nicht genau wie das funktioniert ich 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 ach was willst du hier bei mir zu ner Wald ha ha hi damon hi damon ach ich winke in die kamera und die kamera ist auch sehr top Du bekommst auf meinem Discord den speziellen Rang, einen eigenen Channel und ein Twitch-Panel, was du wenn du willst unter deinen Stream platzieren kannst und du kannst jederzeit raus Also ich habe ja auch meinen eigenen Discord Server, sage ich jetzt mal Die Dinger sind ja kostenlos, die kann ja jeder Vollidiot öffnen Was soll das jetzt bringen? Mal so ganz doof gefragt Also bitte nicht auf dem Schlips getreten fühlen oder so nur ich check's gerade irgendwie nicht so ganz Komm her da Ich seh sie da Ich bleib hier, wie meine Pfeile wiederhoben Toll ich Pfeile versenkt Es soll ein Ort werden, wo viele Communities unter einen Hut kommen sollen Okay Guck mal auf dein Paypal Ja gut, dafür bräuchte ich erstmal eine Community Das ist das Problem Zwei Zuschauer, wer ist denn da noch? Ich bin's nicht Ich bin mir echt nicht sicher, ob die Sweet Nadine ein Bot ist oder ob die tatsächlich jedes Mal hier reinguckt Aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich wüsste nicht, dass sie mir gefolgt ist Fragst du doch einfach Hab ich damit dann ja jetzt quasi getan Bist du ein Bot? Wenn nicht, wink mal Fink mal, ja genau So Jetzt aber Atlas hier Warum sieht das jetzt schon wieder so pixellig aus? Habe ich die Grafik nicht gestern hochgedreht? Ich hab keine Ahnung, was wir da für Treibs Hier steht schon wieder Low-Quality-Streaming Ich weiße da nicht Irgendwie sieht schon wieder kacke aus Keine Ahnung, was das soll Egal Bismarck BTF Hast ein neues Floß Achso, ja, du brauchst ja ein neues Floß für Ich muss die Fenix ja holen Ja, ja, genau Fing mal so Sprogradisch rein Was ist das denn? Ach, ist das Ach, das ist die Rückseite vom Ofen Ich dachte gerade Hä? Seit wann haben wir denn Steinverzierung in der Strohwand Können wir hier eigentlich nochmal machen In der Loom Ah, hier kann ich das Segel basteln Alles klar Small Handling Segel Kann ich auch ein Medium Handling Segel da dran packen? Und alles was ich... Was für ne Leiter? Leiter Ich bin ja ganz normal Leiter, wo du hochklettern kannst Ähm Wenn ich die an die Wand mache Wandseite Kann ich dann trotzdem seitlich an die Leiter ran steigen? Oder muss die Leiter wirklich, so mal, quasi frei im Raum hängen? Ich hab keine Ahnung, ne, ich glaub die muss frei im Raum hängen Ich glaub das ist genauso kacke wie bei ARC Bin ich mir jetzt aber nicht sicher Da kommt die da hin Sonst noch mal Äh Da ist ja Da man und alles was ich im Prinzip dafür machen muss ist Alle Leute mit denen ich quatsche auf Den Discord holen Also quasi mein Discord-Channel auf Seinen Server verlegen Sehe ich doch richtig Äh Hm Wären die Woche Alter, alles eingezäunt hier Nice, wa? Voll krass Voll krass Hier ist jetzt... Naja Äh geil Wollt ihr mich verarschen? Das Tor zu deinem Hafen hin, da müsste noch ein PIN-Code draufgelegt werden Das hatte ich vorhin vergessen, glaube ich Wenn du gerade deine Ecke bist, meine ich Ja Was wollen wir dich verarschen, womit? Was hast du gesehen? Äh Ja? Äh, zwei, drei Krokos in meinem Hafen Set Pin-Code? Ja, muss ich nicht, aber das wäre das, was du meinst, ne? Was du meinst, ne? So, haben wir eben was getrunken hier Die Fässer sind gut, ne? Waren die alle voll, oder was? Hm Ah, nice Ähm Was wollte ich jetzt? Pfeile Wenn ich das so sehe? Hä? Was? Ja, mach mal einfach Äh Fibers, Flint und Sedge brauche ich, okay Alles klar, dann gehen wir mal sammeln Was baust du da? Was baust du da? Wo du jetzt gerade bist? Wo du jetzt gerade bist? Oh, warum geht denn das nach innen auf? Was hast du jetzt gesagt? Hattest du jetzt gesagt, was du da baust? Äh, ein Vor Boah Quasi, dass man von innen vom Turm aus, ähm Also ein Turm baust du? Ja, dass man davon aus die Fiecher und die, äh, gerade draußen vom Turm nur mal, äh, aus sicheren Distanz da abschießen kann Okay Aber irgendwie kriege ich das mit der Leiter, aber nicht so Wenn ich es haben möchte Wieso kommt die da nicht hin? Weil ich verstehe Was ist das denn für ein Kack? Ich kriege die Leiter nicht bis nach unten Ach, die braucht gar nicht bis auf den Boden Ja, nice Okay, alles klar Äh, 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 äh Äh, äh, äh Nein Hilfe Hilfe Okay, also die brauchen nicht mit dem Ohrm eng, das ist schon mal ganz gut Fibers Fibers Mir fehlt Fibers Jetzt kämpft das Viecher sowieso gerade gegen den Vogel Blech Ich hab keinen Zug Ah, meine Cycle ist kaputt So ein Dreck Der Schütt Oh Gott, ne, ich mach mir wieder ne Sickle, das dauert ja ewig auch ne Mach dir ein Foto von dem RTX Karton, ey, ich fasse es nicht Sack Ähm, wo hast denn du die Einladung hingeschickt Ja, ja, lach du mal Ich hab hier nichts bekommen Oder ist das, warte mal Nö Ich hab hier nichts Ähm, hier, ne Ist da noch Zeug drin für ne Sickle Ne, Metall und Wood fehlt natürlich Oh, ein Wood habe ich schon Ähm Sag mal, hast du das ganze Metall verbraten? Ja, was denkst du denn du? Für was? Ich hab ganz viel Baka Baka Kuchen gespielt hier Ah, ok, stimmt Na gut, dann geh ich Steine kloppen Ach, komm schon Brauch ich Oh, das Kroko hat nicht mehr viel Ja, dann machen wir Platz, weil es war gerade außer Reichweite Ich hab schon runtergeschossen Ah, du warst das, ok Ja, ich wollte den Turm ausprobieren, was funktioniert mit dem Turm Ah, ok, nice So, Pfeiler hab ich wieder Ja, dürften ein paar von mir drinstecken Wieso Unterhaltung bei mir? Ach, du bist ja endlich wieder da Was hast du denn für Probleme? Leute schreiben mich so an So, hey Ich so, wer bist du? Fragezeichen Ähm Die schreibt dann so Mia Ich so, ah Die so dann, jo Was wolltest du jetzt? Warum fragst du dann nicht, was wolltest du? Und wer ist Mia? Ja 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 Nein Warum fragst du sie nicht? Wer bist du? Ja er ist mir ja nachdem sie gesagt hat ja mir und was wolltest du jetzt haben lange nicht mehr geschrieben ich denke ich sag einfach weil ich habe keine ahnung wer das ist ist wohl sehr sehr lange her heute nix ich kann ja nein nein hat gerade gefragt ob heute nix face game nein heute nix seinem inventar echt pfeile für unterwegs ja krank ich weiß du hast links einmal das inventar und darunter die crafting fläche seiten durch sie ausgeschalten wenig schiefen doch schiefen steht dahinten also gibt doch einfach mal ein hast du den skill denn schon wo ich denke ja archery gehen wir auf archery und schalter mal bogen und feide frei es kommt darauf an welche er schon alle freigeschaltet hat du hast noch viel mehr als er luki luki machen bei schiffen er sofort halten ich habe keine freige ja gehen auf skills ja dann gehst du auf dem bogen ja gehst auf archery klickst du an sondern machst du da oben links den ersten dem bogen der muss blau umrandet sein dem musst du skillen dann kannst du ersten bogen und pfeile bauen ja ok dann gehen dein inventar und gibt bei search bei crafting einfach mal a r r ein a r r kommt nix die kommt nix das dritte ist archery zuerst basics tool of trade und dann als das dritte ist archery das dritte ist beast mastery archery ist das erste zweite dritte vierte fünfte sechste symbol es ist ein bogen ich habe kein beast mastery ja ach da da ist ja noch in der reihe oben ja da oben sind deine skill trees survival construction dann beast mastery jetzt habe ich ja beruhig dich wo bekomme ich den flint her von wegen ja sammeln steine kloppen mit der picke hier sind nirgendwo steine schwierig zu sehen ja großschiffchen nein nix großschiffchen kleine schiffchen großschiffchen können wir noch nicht bauen also ich habe sie dir bei discord geschickt die nirgendwo steine ja aber ich habe keine pfeile ist doch kein tür da ist ein türmchen ja aber es reicht von der höhe her dass du nicht ohne dass du drauf gehst ja ok aber greifen die pisser mein schiff an oder nee die sind einfach nur da drin gefangen doch die haben wir haben sie nicht haben sie nicht hier ja da ich sache halbwertig irgendwie sieht die grafik heute schon wieder so kacke aus ich verstehe nicht warum ich es wird sich schiffen ja ok ihr werdet darin verrecken ihr scheiß wie ich ja stein ja hier sind nicht viel auf der hintel ich kann wenigstens ein paar feine machen auch nicht besonders viele siebenhundertvierzig 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 achso siebenhundertvierzig würde ich hier wirklich abgeben oh wer weiß hä hä wieso ist das wasserreservoir voll hast du da irgendwie wasser reingekippt oder so ok also scheinbar kann in ein geschlossenes wasserreservoir regen reinfallen so schon mal praktisch so das filet wieder hier schön hier rein nehmen wir mal eins raus ich hab jetzt auch noch ein bisschen was ins verzeuglicht hä hä wo ist das ganze gespollte fleisch hin und wieso haben wir dafür 61 fischöl hier vorne in der truhe das fleisch habe ich raus geschmissen beruf mir zurzeit erinnerlich ah ja ja äh was wollte ich was wollte ich denn als nächstes kann ich ein mittleres segel an so ein kleines ding dran machen medium handling so soll äh sale wäre das vielleicht am sinnvollsten wie dein computer ist putt gegangen alter wieso haben denn alle probleme mit computer ja da man wie gesagt ich hab hier irgendwie nix direkt seemöwen mann ich glaub das kock hat nicht gerade platt gemacht kann das ne ne seemöwe mich haben drei stück davon angegriffen war ja hab ich putt nichts vor aber die letzte hat nicht die kills ja hehehe 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 okay nix video spiele einfach absturz okay what undi benutzt mal deinen turm wobei ich glaub den krieg ich auch alleine platt oh mein Gott da kannst du ja rein oder ja ja ist ja eh zu langsam das fieh ich kraftfeiler hab ich ja wir sollten uns vielleicht mal flinten oder schwerter oder so craften ne das krok hat mein mental gefressen ne das gesundheit das frisst eigentlich nur deinen körper dein inventar müsste da eigentlich in so einer tasche stehen äh hier ist nix das ist doof hattest du vielleicht kein inventar ne warte mein körper ist hier irgendwo untergepackt da warte wo ist es jetzt äh ne irgendwie taucht hier nix auf dem man vielleicht weil du hier in diesem komischen rot ding bist oder vielleicht weil ich im streamer modus bin warte mal so ich bin jetzt mal nicht mehr im streamer modus versuch jetzt nochmal guck mal guck mal jetzt hat der turm auch ein dach ja moin ja geil jetzt siehts nach nem türmchen aus ja jetzt kriegst du noch ein geländer drumrum und dann passt das ja meinst kann man da denn vernünftig drüber gucken über das geländer nicht dass du damit irgendwie die halbe sicht wegnimmst oder so hast du mal am haus geguckt da sind rundum geländer ja ich hab aber noch nie versucht von daraus nach unten zu zielen ins wasser soll wohl gehen warte mal warte mal warte mal da ist irgendwie ne neue nachricht von da beitreten ja jetzt bin ich drauf ui ui Alter das setch ist so schnell weg Gaming talk, Gaming talk 2, Gaming talk 3 ja ich hab drei Teile gebaut und schon das ganze setch wieder weg na dann lags auf am streamer modus wir haben noch die billo sachen die wir hier kraften trotzdem irgendwie haben wir viel zu wenig steine auf der insel also ich will neue feine andere sorten feiern ja dann brauchst du aber noch pass auf ne da steht überall bei wie viele skill points du dafür verbrät für die nächste neue sorte also diese feuer dinger verbrätst du schon mindestens acht skill punkte nur um sie bauen zu können dann brauchst du aber auch noch den skill für diese komische paste die du da machen musst um diese feuer feile machen zu können ja so ich habe jetzt wieder 27 das reicht unter der kategorie streaming wohl kommen lobbies streaming warte schlange noch in deiner mauer gefunden ich bin hier kommen wo bist du computer sagt nein sorry titan da kommen wir über die mauer drüber von außen halt ja also jetzt erst kann man welche leiten da bei dem tümchen ja und ich komme raus ich habe gesehen auf dem stein aus ja du kannst aber spielen und dann stürzt er ab jetzt springt der lüfter an ja gut ja ich brauche nicht weil weit spricht oder netzteil vielleicht ich kann sich setzen wie gesagt könnte sein dass ein netzteil das nicht mehr packt das sag mal schnell sobald die grafikkarte dann anfängt richtig zu arbeiten oder wenn sie zu heiß wird und mehr leistung auf dem lüfter oder so braucht dass sich dann das netzteil aufhängt 39 player sind auf dem server 39 auf der ganzen map nein 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 in unserem quadranten meinst du ja mit dem quadranten b10 b8 in einem quadranten sollen jetzt auf einmal 42 spieler du redest doch hier von atlas oder ja ja warum sollen hier keine 42 spieler hinpassen du brauchst ich habe sag mal bei guter fahrt also bei vollem wind im segel mindestens eine viertelstunde um von der einen kante zur anderen kante zu kommen du hast drei bis vier solcher inseln wie die hier und größere teilweise auch ja man ich kann nichts machen ich habe keinen bock auf ich will irgendwas killen aber 600 watt netzteil sehr stark sagen wir mal so 600 watt sind okay die reichen im normalfall sehr stark ist das nicht warum sind da zwei kokos in einem schiff nicht in meinem schiff in meinem hafen keine ahnung weiß ich nicht die haben sich doch scheinbar darin verfangen und ich habe keinen bock meine pfeile dafür zu verballern weil scheinbar kriegst du nicht alle zurück glaube ich zwar nur früchte habe ich jetzt echt ein paar könnte eigentlich ruhig mal eben paar verballern ich habe eh gerade hunger stoff dir mal ein paar rein kleiner mann mit peitsche vielleicht sein kaputt ja ne ist klar oder ein ramriegel oder so oder mainboard schwierig aber läuft schon irgendwie braucht mann mit dem sein bloßen händen erwürgt vier fall der alter hat den lack hat also bei uns nur wir schießen die greifen uns an wir schießen einfach rein haut ab kommt erst wieder wenn er geheilt ist und haben die hier für eine villa hingestellt und da war ich habe beide stone arrows wieder gekriegt nice so ich bringe ihn zum feuer und schlachte den wirkt mich nur wer meine trofäe gucken also dein onkel das ist meine trofäe was für eine trofäe ich dachte gerade was haben die denn da für eine riesen tür drin und dann sieht das nur so aus wie so eine tür und die haben wir so eine kleine türen und man kann reingucken die sogar ne fisch mit als ob wir sind bei fisch mitgebracht hat black banana bandit der mann hat nur zwei fischfilet war also mit hast du mit einer achse abgebaut ja für fleisch muss mit der picke abbauen echt ja doch da steht mehr dann wünsche ich dir mal glücktheiten an die was war jetzt das problem warum wollten die jetzt keine allianz weil jeder der eine allianz von ist quasi von dem anderen der allianz ist das gebiet claimen kann aber wieso kann wieso kann sich das heißt es ist kein großes gebiet sondern ja bleibt trotzdem mehr rein zu alle aber wir könnten ihnen dann gebiete klauen und die und er ist ja kein sinn und keinen unterschied machen würde ja es soll mir egal sein ich dachte ja nur kann mir sehen wie ein bisschen komisch war hier ist kalt you should find some warm soon und war schon warm genug also ich war heute definitiv nicht so lange wie gehst ne ich auch nicht warum nicht ja warum macht denn keiner die water barrels auf wenn die leer sind wie die sind leer vorhin diesen voll ja einer war gerade hier schon leer keine ahnung dann macht doch auf ich muss genau aus dem einen lernen trinken so einer ist wieder voll zweiter ist voll dritter ist voll viel brauchen müssen weil er ganz leer war mein real life was das auch gleich leer die haben schon viel verändert allein das mit dem vitamin bis man da am anfang mal durch geblickt hat mittlerweile gibt es eine wiki ja ja die haben jetzt angefangen eine zu schreiben da steht jetzt schon mal so ein bisschen grundlegender scheiß drin wie zum beispiel dass man von einen fisch vitamin d kriegt wir haben halt nie einen fisch gefangen halt wofür vielleicht hat man ja genug ja honig oder ich habe eine fishing rod aber das bringt ja nichts weil du brauchst einen köder ja du brauchst einen köder gelesen ja und den gibt es hier nicht auf der insel also du kannst glaube ich ja das war es glaube ich wofür du eine schaufel gebrauchen konntest die ihr du konntest glaube ich die würmer dafür ausbuddeln oder willst du es machen ja ich bin gerade dabei die schaufel zu holen ich will mal ein bisschen ich will mal ein bisschen buddeln ne ich will angeln jetzt tu doch ach so schaufel ist wieder eine waffe ja du kannst sie nur ausrüsten wenn ja ja genau es ist dein ernst jetzt ich kann nicht ich kann nicht in den sand buddeln warum ah hier geht es wo kann ich metall zum schmelzen reinpacken slate was ist ein slate ja weißt du ich weiß nicht ob der schmelzen kann ah ne du kannst einfach rohes metall hier reinpacken ok lol ja ja metall nicht metall bachen und bringt das was mit dem würmern also ich habe jetzt schon drei steine gefunden das war kein einzigen wurm in Ruhe weil dann würde ich mir auch eine schaufel machen wenn wir das dringt okay du kannst ja auf jeden fall kein loch buddeln hä hast du das ganze nicht wie der target rausgenommen hat vermut ja dann hau mal rein tyton was ich habe gar nichts aus dem schrank rausgeholt was schippe ist kaputt ich habe damit 29 steine gesammelt ich habe alles reingepackt was ich mir tat an material weiß was schätze ja tyton ist schon 11 uhr ne hau mal rein boah was denn ne ich muss hier meine werkzeuge reparieren ne holz fehlt was fehlt denn da jetzt ich wollte die auch gerade reinschmeißen oh da ist ein wirbelsturm drei metall fehlen noch ah warte äh ich habe keine wirbelstimme da oh der eine fette kommt auf unser tor zu hallo schlechte neuigkeiten der wirbelsturm kommt genau auf uns zu das ist doof er hat gleich das Tor ne er geht vorher kaputt oder yo sekunde voll ne doch nicht oder da sind jetzt vier hä wo bist denn du ich glaube der trifft uns ja hier komm mal raus aus der Bude ja ey ich bin fast am Tor wovon redest du die Dinger sind auf dem Meer hä das sieht voll nah aus echt jo yo die sind da hinten typ das sah richtig nah aus den gerade was will der denn die sind doch da hinten ja weiß warum das nah aussieht weil die Dinger verdammt groß sind ja Andi und ich sind hierher geschippert da sind kurz bevor die bevor wir an der Insel waren ne sind die Dinger losgegangen wir waren umzingelt von den Kackdingern einer nach dem anderen insgesamt bestimmt 20 Stück bis wir endlich auf der scheiß Insel waren und dann gingen sie auch einmal alle weg Würmer gibt's nicht oder ich schaue so lange zu bis ich einpenne und dann mache ich morgen alles was ich eh nicht machen werde ja Titan das ist dein Ding was oh lol äh weiß ich nicht ich hab keine Würmer gefunden ich hab äh Kartoffeln was hast du ich hab Kartoffeln ich hab Kartoffeln ok Kartoffeln losgebuddelt ja sieben Stück ok äh nice bringen die auf Vitamin C yo ne ne die bringen nix siehst du doch die die müssten dann gelben Pfeil haben die müssen wir noch braten du schmeißt den Feuer eine gar nicht da geht ja nicht ne du brauchst wahrscheinlich nen Grill für oder so der will ein Grill oder musst wahrscheinlich einen Topf craften oder keine Ahnung ne die kannst du jetzt so essen hä grad hab ich dafür Dings bekommen ja du äh 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 füllst damit nur deinen Magen auf aber quasi viele Vitamine bringt das nix dann müsstest du kochen lernen willst du kochen lernen willst du kochen lernen ne ne ja wieso kochen lernen ja ich hab ja schon angefangen das zu skillen Rio auch nen Koch hehehe dann fällt nicht schon dir ich brauch einen für ne Soße Alter wo ist der ganze Metall hin äh ich hab grad äh 10 Stück dazu gepackt ich hab gerade meine Metallsichel äh repariert ich bin aber auch gerade da sechs mit ich hab vorhin ich hatte gerade irgendwie nochmal sechs rein gepackt oder so und hab da meine Metallsichel repariert weil ich schon keins mehr war ich hab doch vorhin gesagt wo ist denn das ganze Metall das waren 189 Metall ja jaja ja ja kann man den Abbauern bin ja gerade welche hier am sammeln ja ja am sammeln sechs stück hab ich schon wieder acht findest du die ganzen steine auf der insel ich wollte ja schon mal metall suchen ja schwer zu finden die steine sind nicht jeder eigentlich müsste ich zusehen dass ich das schiff fertig kriege und dann müssen wir rüberfahren zu anderen inseln da farmen vorübergehend zu den zu den leuten hier die erste steine gebaut haben fragen fragst du claudio oder keine ahnung wenn die wieder rüberfahren weil die haben extra ein boot gebaut den gummiwurm der ist rein auf gewicht ausgelegt und dann ist der ein farmbot ist dann jetzt die frage was nicht mal ein stück metall also wenn sie schon runterpacken dass man weniger bekommen können sie ja eigentlich weil ich in diesem jahr eigentlich fleißiger sein wollte ja so wird schon so wenig metall haben dass du nicht mal meine achse prägen kannst du nicht mehr da warum sind die toche so laut er weiß das spiel total leise gestellt die tore trotzdem volle lautstärke ja da ist aber sogar für eine neue reicht sollte es so reichen so skills sale ne craftables hier ist ein arfer weil wir könnten dominik ja entweder wir oder ihr zwei keine ahnung ihr schnappt euch das floß schippert rüber zu dem anderen floß packt beide flöße voll und kommt wieder zurück können wir auch machen dann haben wir beide flöße hier ja lass mich mal eben gucken ob ich das 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 boot vielleicht mal eben ganz schnell fertig kriege du musst halt nur gucken dass auf dem zweiten floß auch wieder ein bett drauf packt weil dann scheint er ja nicht mehr drauf zu sein jaaa fenix dann kümmere dich doch schon mal darum ein bett zu bauen auf dem bismarck ist ein fluss drauf bin halt einfach eine faule sau und versuch dich mal zu ändern leichter gesagt als getan und ich muss auch ein wenig gewichtlos werden sonst ist die halbwegs normale figur weg dann geh zum arzt dann hau mal rein ne ich hab kleine klamouriden klamouriden ja wenn du Würmer hast dann geh zum arzt hol deine wurmkur aber mit den Würmern kannst du trotzdem nicht angeln äh ok was willst du denn mit Würmern wenn du damit nicht angeln kannst wir sind es klamouriden schatzi ich muss ein bär ich muss ein bär boah du den Kuschelbär das Kuschelbär ah jetzt kann ich die Würmer zum Angeln nutzen hm ah jetzt ja ne du musst zuerst die Angeln in dein Inventar packen dann musst du mit dem Würmern draufklicken ja na du kannst nicht wenn du das in deinem Inventarleister hast auch diesen Quicktail da ok jetzt einmal angeln ausprobieren ja schmeiß die Angeln in tiefes Gewässer wa nicht ein flaches Gewässer ne ja ja jetzt hat er keinen Halt dran hängen hehehe 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 jetzt kann ich die Angeln nicht mehr benutzen hehehe hehehe maumarein ist sehr motivierend hehehe hehehe tja hehehe 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 warum kann ich die Angeln nicht mehr benutzen weiß ich nicht hast ein Bogen oder ne 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 sag mal schnell ein Speer ausgerüstet ne der ist ja schon in der Leistung drühen und ich kann den nicht anklicken ach ja das das Problem hatte ich auch ich weiß nicht warum hast du also auch schon ein Würmer gefangen ne aber ich konnte halt die Angel auch einfach nicht benutzen nicht das nicht nicht sein nicht Oh, Croft. Das ist ein Wahnsinn. Und jetzt werden wir wieder Fibers. Ach, fick dich doch. Okay, ich gehe mal gucken, wie weit ich mit dem Schiff komme. Jetzt wieder Krrrr. Boah, Alter, ist das laut. Eins, zwei, drei. Oh, eine Wand noch. Eine Wand noch. Was ist das denn? Oh, nee. Oh, nee, nicht schon wieder das. Hör mal, Required Sail Units? Einer. Current Ship Sail Units? Null von zwei. Ja, das war heute schon mal. Das ist irgendwann mal weggegangen, aber das haben wir irgendwie auch nicht wegbekommen. Schon mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, das ist es. ja doch ich muss noch da okay ein segel fertig ich kann sogar zwei draufpacken noch nicht ganz ich brauche noch eine wand ich glaube noch im boden und noch ein segel dann müsste es gehen ich habe gerade noch nicht mehr spiel ist und glaube deswegen weil ich mich irritiert ok ich brauche noch ein paar fibers dann habe ich die holzwand fertig fenix ist hier am buddeln und aus irgendeinem grund sind hier über wasserfontänen buddelst du die aus oder was wo auch in der drei krachen ja ja klar buddelt man mit nein doch nein ich habe echt sinnvolleres tun als auf Hörmann zu buddeln äh äh fenix buddelt man mit ja bitte oh leg mich doch du hast keine Stabilo Dominik ja das soll man jetzt demnächst Flugzeuge, Panzer und so weiter bauen können ne das sind glaube ich mods ok naja steht da ja get your mods ready ok dann ist das arg mit mods, mit mods Atlas mit mods, mit mods ja nein Atlas ist ja arg mit mods äh was sind denn hier für welche äh äh not kaniel broskor was sind das für welche, das sind keine deutschen bruder ja die hier bei dem die hier bei dem jungen die haben auch Rüstung schon ne das kann das ist eine ganz normale Rüstung die sehen nur äh ja die sind auch Level 47 und so ne jo woher kam's denn keine ahnung die haben hier halt einfach angelegt wir werden hier nichts finden halt die haben grad schon Stein weggekloppt von uns hier echt? sollen dich verpissen Skandal im Sperrbezirk Skandal Toll meine Picke ist kaputt die ganzen Wasserlöcher die ich hier gemacht habe jajaja hier gibt's überall Wasser mh ich kenne mich gut genug um zu wissen dass ich das allein nicht schaffen werde ja weißt du Titan mit dieser Einstellung sowieso nicht da braucht der Jungmann einen Tritt an den Arsch aber ein ordentlicher ha 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 ja das sagt er ja auch aber äh ja guck mal rann nicht auf den Meter ist ja verbal wird er ja nix ist das jetzt depressiv oder eher realistisch gesehen ey das hat nichts mit Depri oder Realismus zu tun das ist einfach eine negative Einstellung was hat Titan denn für ein Problem? ist er klein, fett und pummelig oder was? nein das nicht aber er muss schon ein bisschen was tun um seine normale Figur zu behalten sagt er und äh er wollte halt nicht mehr so faul sein was Schule angeht und so aber ohne jemanden der ihn in den Arsch tritt schaffte das nicht sagt er ja dann soll er mal seinen Vater anhauen oder seine Mutter anhauen oder? nein Titan Depri ist was ganz anderes morgens nach dem Aufstehen erstmal ein paar auf die Fresse au ja Digga was rennst du ja was rennst du mit den Indoments? teilsichel alter ja Bein abgeschnitten au au Papa schlägt mich du brauchst das so ja echt also so schlecht bin ich nun auch nicht, darf ich noch gar nicht oh da ist du äh ich hab rohes Fleisch gegessen so'n Scheiß ja welches Level hat denn dieses Drexhuhn? keine Ahnung, schütter doch kill the chicken 15 nein warum hast du es getötet? es legt doch Eier hä was für Eier? wenn du getamed hast ja hättste tamen können der kann doch noch gar nicht tamen hättste versuchen können hehehe ahja mit 1,89 und 90 Kilo bin ich noch nicht fett geh doch schon anschauffen Papa ne stimmt fett bist du damit nicht was hat er? er hat ein bisschen was auf den Rippen wie groß ist denn der? 1,89 und hat 89 Kilo 1,89 und wie viel 90? ja bisschen normal ja eigentlich ähm fast Idealgewicht für die Körpergröße ja eigentlich schon, ja guck mal ich bin 1,1,80 und hab guter Gewicht wo bei uns? ja der eine wollte es grad versuchen mach die Tür hinter dir zu ja auf jeden Fall warum schwebt die Kacke in der Luft? keine Ahnung der ist jetzt aber draußen geblieben oder? ja ja ok ähm machst du aber vorsichtshalber auch die Türen am Haus dass falls mal einer irgendwie über die Mauer kommen sollte dass da ähm dass sie nicht mit uns im Haus rumfliegen auch wenn du drinnen bist im Haus ja ich hab Tür zugemacht wir mach oben auch noch eben zu äh oben ist zu ja gut oben kommen die normal nicht hin ja wer weiß wenn die schon über ne Mauer kommen ja ich muss die Mauer noch in der Einstellhöhe ziehen dann hat der Phoenix schon gesagt hm ich muss die Balken wo man drüber kommen könnte ja mach ich gleich eben einmal war ein bisschen fertig mit dem Schiff ja warte mal eben bei der Sedge ach scheiße Sedge fällt mir auch noch und wie viel? äh geht's auch ich hab noch 64 ich hab grad äh knapp 1000 Sedge gesammelt ich bin noch dabei ja aah Pricks Krokodile sag meine Sicht ist ja auch gleich im Arsch ey ja wenn ich das Boot fertig habe kannst von mir aus erstmal meine haben meine ist noch fast neu äh Alter ich habe definitiv zu viel auf den Rippen ich könnte richtig gut terken weil mein Arsch ach twirken weil mein Arsch so fett ist ich könnte mich selbst schlagen weil ich so blöd bin und nichts dagegen mache dann hör auf rum zu jammern und krieg den fetten Arsch hoch ganz einfach ja vom Jammern alleine wird auch nie besser nö ja ja irgendwann irgendwann kippt der Schalter und dann läuft das ich weiß der Schweinehund ist echt schwer aber geht schon so warte mal ich glaube äh jetzt habe ich immer noch nicht alles ich brauche noch ein Segel ähm ähm was braucht ich für das Segel nochmal sail äh 35 height 128 fiber die Frage ist nur wann wahrscheinlich erst wenn es zu spät ist hm ja ist es jetzt schon zu spät nein also ja ich hab mal die beiden äh Dings gekillt was die Typen hier oben ran hat ne Seemöwen wahrscheinlich ja was da ich bin äh geblindet du bist ein Killer geblindet geil er hat wahrscheinlich hier zu viel Vitamine genommen keine Ahnung ach lol yo aber von was denn bitte? ja wahrscheinlich von Bären fressen ach Bären yo Typ ey wann geht denn das weg? äh verreckst du dran? äh renn am besten mal ein bisschen dann verbraucht sich dein Hunger dann verbrauchen sich bestimmt auch deine Vitamine verreckt man echt dran? äh verreckt man ich bin bisher immer dran verreckt echt? echt? ich noch nicht bei mir ging es zum Glück rechtzeitig immer weg jo man verreckt daran tch blühende Nägel im Oberschenkel das wäre jetzt fein ja jedenfalls das Werkzeugkeller hol dir ein paar Nägel mal zu einem Feuer und ab dafür tf Leute ey ja weißt du so weißt du jammert rum wegen alles scheiße und brauche Arschtritt und keine Ahnung was aber er weiß es doch aber er weiß es doch ja so war ich aber auch mal ja schaubste sie sich selber darin ja das Problem ist ich habe leider schon sehr viel durch deswegen sehe ich mich meistens in den Leuten also in den anderen Leuten wie ist die Ecke hier doof gebaut? äh hör mal wie kommt denn der Fragle ist hier bei uns und Dings rein wie? wie? hier redt grad einer rum bei uns wo? ja hier quer über die Wiese grad Richtung Tor Wasser die hat da wahrscheinlich wie ich dir gesagt habe ja wieso hier aber auch meiner jetzt noch oder die haben diese Climbing Tools weißt du da können sie einfach über die Mauer drüber ja jetzt werde ich meinen auch fast überfressen ich habe mich überfressen scheiße bis zur Hütte kommen bevor ich verrecke hier ich spreche grad an den Vitaminen in der Hütte also äh haben wir Fisch im Feuer? wir haben Feuer aber kein Fisch Typ was machst du da hinten? geh doch einfach über den Turm raus ok er ist über die Mauer gehüpft wie? über die was? er ist über die Mauer gehüpft wie geht das? jaa an der richtigen Ecke von denen raus ist ja ok kann er ja aber ich muss hier von außen nicht reinkommen die Krokos hier an meinem Schiff sind kaputt ja rat's mal wer sie gekillt hat einer von denen ich? ich? Arschloh soo zähl brauche ich nicht ganz höchstens Andi ja bitte guck mal ich geh jetzt meine eigene Leiche senden wie das aussieht ich glaube ich geh Sonntag Fahrrad fahren und morgen kümmere ich mich um Schwule und meinen Computer Felix am Stock äh klopp deine Leiche auch direkt kaputt wa? jaa aber guck mal ab warte mal bis die fettesten die werden ja nobody manning sail ich kann nix sehen weil ich nur grün sehe ich bin der Hulk ach so zu viel gefressen jaa ich hab mich aufgepasst nein mein Körper ist jetzt in der Wand oder was? oh fuck wieso craft ich denn Wände? hier sind ja noch welche alter ich glaubste können wir auf die Reise jetzt ahhh mach mal noch hier mal einen Schrank die ich craft kann halt theoretisch wir brauch ich noch einen Schrank aber ansonsten hä? wir können hier ist doch nichts drin 2400 was? hier fehlt doch noch alles ich glaube mehr wirds nicht hä? da musst doch hier im Boden drin sein nein egal soll er da stehen ähm inventory ach diese Leute sind nicht alt ich hab neben dem Schrank ähm an an der Werkelbank rechts daneben hab ich noch eine kleine Truhe hingestellt da pack ich alle Sachen rein die gecrafted werden an Baumaterialien hast du gehört? was packst du wo rein? ich hab noch eine kleine Truhe gebastelt jaa ja die steht rechts neben dem großen Schrank der quasi hier äh an der Werkelbank ok in die Truhe pack ich baumaterialien rein also Hausmaterialien usw ok jaa weil ich hab grad die Wände bei sehen die irgendwie zwischen saßen und hab nochmal neue gecrafted ok das ist quasi material verschwendet eigentlich steuerrad steuerrad fehlt noch hast du hier in der Truhe ja ja ich weiß in der rechten Truhe in der Holztruhe so ich hab mich jetzt um die Wände kümmern da eben man man ich brauch Fisch alter nein oh fuck off hm wieder überfressen habt ihr den falschen Knopf gedrückt dann rennen ein bisschen ja mein Herzschock ist schon auf null sofort oh Junge was greift mich hier an ja der Vogel hm bist du den Pieper also auf den Sack gegangen? ne die gehen mir ganze auf den Sack hm dann greift die doch nie an ja der hat der festgepackt ich wollte den von seinem Leiden befreien hm 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 aber ne diese undankbare Säule ja komm verreck doch endlich Mensch hoff zu jemanden au wo ist denn der Sack abgehauen ja so ein Papagei ist geil ne das war ne Seemöwe ne das war ne Seemöwe ok ich will ja nen Papagei tamen aber da nur am besten schön hochgelevelt ist ne äh der macht dann wahrscheinlich ordentlich damage könnte sein hier der 235er ne der bei uns oben ist zum Beispiel ja ach da kommt die Drecksseemöwe wieder ach jetzt bin ich auf der Bismarck gespawnt ich denke da wird sie steht noch im Floß das ist echt das ganze Schiff ja das ist jetzt ne Sloop ja das ist jetzt ne Sloop ist das dein Ernst ist das wirklich alles ja guck dir das doch mal an da fehlt das halbe Schiff das ist so als du hättest du die Mitte rausgesägt ja ich weiß nicht warum der Boden nicht größer geworden ist so was A und D für Sphere Port und Starboard Andi guck dir das mal an damit muss es gleich auf D stellen Nein X für Anker und D für Raze ich bin genau so ne Drecksau wie du ich shende mich selber wir sind alle die shender so Axe ist da jetzt wirst du zerhackeln Andreas ach guck mal lecker Andi Andi Fleisch Kamid Kannibal ja aber ich fress mich nicht selber ich schmeiß da draus bisschen widerlich ja ist klar ja dann geh ich jetzt mal los und die warte ich versuch damit irgendwie klar zu kommen fahr doch schon mal welche Ecke war das jetzt ein bisschen wasser schaufeln oder irgendwas ja ich glaub nicht gleich so gleich so hast du ne einmal gecraftet nee warum nee hab ich auch nicht fände ich lustig wie kann ich denn jetzt wie kann ich denn jetzt ok wir haben keine Waffen an Bord ne ja da kann ich auch nix für ich hab nur ne meine Popo Kanone aber wie aber wie aber wie mach ich das Ding zum Transformers das Problem ist ja das Ding steht hier auf auf Brett wie krieg ich das hier raus indem du erstmal den Rumpf da fände ich auch der Rumpf ist doch fertig pass auf er lässt das Schiff aus der Werft raus da blub 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 du kannst dich ein halbfertiges Schiff auf See bringen ja und ob ich das kann ne das geht unter Kollege quatsch wir werden so sterben deswegen bleib ich ja n Land weißt du wer das vor der Fahrt schon bekannt ist das ist das Schlimmste bist du fertig bist müssen wir alle offline gehen kann nicht so schwer sein links rechts oben unten und oben unten kannst du ja nicht mehr steuern warum raise anchor ja mach doch hä soll ich Release Ship machen also aus dem Hafen raus lassen was wo kannst du das wo kannst du das soll ich aus dem Hafen raus lassen ja wie soll das Schiff heißen äh keine Ahnung Titanic nein um Gottes Willen hatten wir schon so die keine Ahnung ist auf Bord was ja die heißt es keine Ahnung ok nice warum steht da Ship Repair warum steht da Ship Repair das braucht gar nicht ausgelaufen muss ich repariert werden ey ja nice sag mal hast du oben rechts auch ne Anzeige von dem Schiff ja leider ja dann siehst du ja wie die Segel stehen müssen oder ja wie dreht man ihn denn äh ja mit E kommst du rein aber warte mal wofür müssen wir denn jetzt überhaupt hin ja quasi zu unserer Schaluppe zu einem Floß ja ok können wir machen alles klar hä wir müssen in die Segel stehen das steht doch nicht der Wind kommt aus Fallrichtung ja die Segel müssen so schnell der Wind genau der Pfeil ist das Wind ist die Windrichtung und diese diese roten Halbkreise sind die Segel und die die Pfeilspitze muss in die Rundung von den Segeln die allein fliegen soll ich gerade äh einzeigen so ich hab das jetzt mal erhöht ich hoffe mal es reicht hier gerade mal das Schiff ich geb mir die Kugel tschau aber viel Spaß Titan gib dir lieber die Kante ja bis irgendwann wir werden so sterben wir werden so sterben ich bin doch noch so jung du musst den Segel auch aufmachen auch wir werden sterben ich sag's ja du bist so ein Full Horse ey du musst das Segel auch aufmachen geil warum haben wir nur halbe Segel da fehlt ja die Hälfte wieso halbe Segel ja guck mal der andere Hälfte fehlt das hier ist keine Galeone schockst du noch halb so schnelles mit seinem Boden ja hier fehlt aber überall die Hälfte halber Boden halbes Segel so geil hätten wir noch einen halben Hafen wäre lustig schungi schungi ich hab fast auf dem Molle ist gekommen ah Dominik guck mal bevor du ablegst leg mal bitte die Sichel raus von dir zu spät Junge wir sind schon 200 Meter entfernt ja ne gut dann dann craft dich neue beziehungsweise wo fahren wir überhaupt die Schaluppe holen unser Flos holen unser Flos holen wir haben kein Bett mitgenommen ja kannst du da ja auch bauen ja ja und ich muss die Schaluppe zurücksteuern oder? was? ich muss die Schaluppe zurücksteuern oder? ja wahrscheinlich nicht aber dass es uns nichts angegriffen hat kommi komm rein jetzt sie komm rein wir haben schon mal 4,2 XP Ich muss mich, glaub ich, gleich mal ein bisschen eben kurz mit Oli beschäftigen. Okay. Ja, der guckt so bedroppelt, als wenn er sagt, hör mal Papa. Kuschel mal mit mir, tob mal ein bisschen mit mir. 5,3 XP, warte mal. Hä? Hä? 5,3? Ja, von 15, die wir fürs Level abbrauchen. 5,8. So, über ein Drittel. Haben wir schon vom letzten Level. Ähm. Nein. Alter, wohin fahren wir denn bitte? Zur Hindenburg. Auf Deutsch nochmal bitte? Zum Raft. Ja. Ja. Hahaha. Hör mal, Hindenburg. Deutscher geht's ja wohl nicht. Vollpfosten. Der Vollpfosten muss grad auf ner Titanic segeln. Hahaha. Mach das mal. Ne. Aber weißt du, warum ich heran geblieben bin? Du bist dann eventuell behalten, oder? Ja, klar. Guck mal, shopste, die da drüben. Die haben ganze Segel. Siegel. Und auch gleich noch ein ganzes Schiff, wenn sie nicht vom Kokodil angegriffen werden. Hahaha. So wie wir gerade. Und er macht ordentlich Damage. Schaubste? Wo macht er denn hier die Damage? Ach, ganz vorne. Ja. 100 Damage hat er bis jetzt. 200? 100. 100. 100. Ja, vielleicht am Gesamten? Ne, nur an dem einen Teil. Ja, aber dann noch hier. Ach so, 1,99, 1,99. Ja, okay. 1,100, dann dem anderen 100. Hier an dem, äh, hier nochmal auch, hier hinten. Also Krokodile sollten wir meiden, besonders in Schiffen. Was ist das? Ey, Geisterschiff. Verschwindet da, Geisterschiff. Verschwindet, shopste. Oh, cool. Die greifen auch an, Dominik. Ach ja, stimmt. Die wurden gepatcht. Au, das Krokodil! Aua. Also nur so am Rande, wa? Ja. Die greifen wohl jetzt auch mittlerweile auch Schlöße an. Oh, das ist doof. Äh, warte mal, dann sollten wir vielleicht nicht so weit von der Insel weg, sondern lieber nah an der Insel ran. Ich bin fast tot. Das ist doof. Wir haben ja auch kein Bett auf dem Schiff hier. Ihr seid Helden. Ich glaub, ich fahr lieber mal zurück. Ja, ich muss ganz zu dem Krokodil hier ausweichen. Ja, das verfolgt mich. Guck dir's an. Sag mich zum Fressen gern. Blürb, Blürb! Es geht nicht unter. wo ist denn das piratenschiff ist weg von uns ja wir sehen ja gerade wieder in eine andere richtung ich glaube wir sehen lieber erstmal wieder zurück ja erst mal im bett und sowas und das schiff reparieren und dann sollten wir vielleicht zu dritt los koko gehen wir weg ist fast tot soo das ist auch wieder ganz ein fisch fangen alter guck dir mal den vollmond an ja nice im spiel jetzt meine ich ja ja richtig nice sieht fast aus wie der originale sieht besser aus als der originale phoenix was machst du denn hier wieso bist du hier alter ich bin dem grauen entkommen sind das verreckte Leute ja natürlich ja ich weiß ja ich weiß ja ich weiß jetzt kann und futter missbraucht ich hab ich zu wenig holzvoll am Tags ja hoi, reicht ja nicht mal ich verweinig oh die sind da hinten Feuer hä? hä, man kann Spezialattacken machen? ja, also ich glaube, ne, da braucht man die nächste Zeit erstmal nicht mehr sammeln ne 2, 4, 6, 8, 10, 12 alter hä, es gibt einen harten Schlag, wusstet ihr das schon? ja, Steuerhälte drücken warum sagt mir das keiner? weil du so ein Segner verprügeln bist äh, wollte ich allheu jetzt genau Dominic, warum bist du da? ja, sofort oh ne, hau doch ab Mensch ah, ich mein Schopse, warum sag ich Dominic oh Gott ich bin geistlich verwirrt ich bin geistlich verwirrt alles gut ok, haa, geschickt ungestell du hast schon den Kurs verfehlt jetzt prügelt sich halt Koko hier auf der Insel mit einem äh, äh wir fanden äh äh was machst du da? was ist? Anker, 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 Anker ja noch ein Stück, noch ein Stück ok so wärs fast rausgegangen alter ich konnte gerade eben noch die Segel einholen ja, deswegen soll man das Ding ja mit mehreren fahren ja, irgendwie sind die mehrere geschoben hier ist dein Inventar hier ist dein Inventar wo? hier oben hier oben wie komm ich denn da hoch? weiß ich nicht du hast keine Leiter am Schiff nö hä oder? guck ob du hier irgendwo eine Leiter runterlust gekapft ne, du bist irgendwie hochgeboostet echt? ok ja, wahrscheinlich so wie beim Raft so ich hab erstmal wasser genug reicht mir bleib doch lieber am Land Andi kann da ist es zu lachen Andi guckt immer das Schiff an? da ist es zu lachen hab ich gerade keine Zeit für du hast genug Zeit ich komm da nicht mehr drauf echt jetzt? wie bist du da drauf gekommen? ich werd zwar hochgeboostet aber dann aber auch immer ah, ich bin, ich bin drauf bei G-Portal kannst du jetzt ein Atlas Server holen ja, ich weiß ja, boah, war ne Frage der Zeit aber ich find das so ganz cool wenn mehrere Leute drauf ja, ja, aber für Mods oder so wenn es was gutes geben wird ach ja, Panzer fahren ja, dann spielst du World of Tanks ja, dann spielst du World of Tanks ja, dann machst du World of Warship in Atlas ja, dann komm ich lass dich rein dann komm, ich lass dich rein dann komm, ich lass dich rein komm, gut, 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 Schweinchen komm, Schweinchen komm komm wenn nicht ich bin kurz groß hä? hast du, äh auf Tolede ja, ja ja ich denk grad so groß bist du doch gar nicht äh vor allem er ist kurz groß nicht lang nach kurzer Zeit ist er wieder klein das hab ich gehört? hast du gehört, du Sau? was? das hab ich gehört, du Sau? oooh mi 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 genau so wie gestern ja groß letzte Tage irgendwann, ne ich geh online der noch im Discord ich fang an zu quatschen antwortet nicht irgendwann kommt ja genau, der war scheißen ja genau, der war scheißen das war gestern, ja ich saß auf dem Pott, alter auf einmal schreit also da 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 durch meine Boxen durch und ich bin auf dem Pott was? ist so unglaublich so Feuer machen ich habe Feuer gemacht ja, da stehen jetzt zwei Affen dem Dings rum, ey der ist hinten hier, ey kommst du um die Ecke steht jetzt zwei da, ey wat? ah, kein Holz das ist äh ne, ich glaub wir brauchen's rum ich steh da wahrscheinlich immer noch im Weg nö nö na super ach das ist Phoenix der da stand ich dachte gerade was machst du denn da? seit wann sie so so komisch aus ja, ich bin mal gespannt wann die Grafikkarte hier ist mhm aber ich denke er ist nächste Woche ja ja macht jetzt ja auch nichts mehr ist jetzt ja vor, äh, vor, äh, äh, ja nicht mehr allzu lange nö alles gut äh, ich bin mal gut äh, Pfeil was zu edge, what? äh, Pfeil was zu edge, what? ja ach so, war der jetzt eigentlich noch zwei Holz zwei Holz ach nö, es fehlen mir noch zwei Wände glaubst du das? äh, äh dann hab ich nen Dom fertig und noch nen Stand-MG drauf nö hab dafür ja hab ich noch genug für zwei Wände? wahrscheinlich nicht, oder? nope äh, es fehlt jede Menge Holz ja ich weiß ich muss hier jetzt auch mal Holz holen ja lass mal Tür auf oh, sorry ja ja und n bisschen Pfeil was äh ach naaa hä? ich wundere mich die ganze Zeit, warum die Tür nicht zugeht die hat einen falschen Knopf gesagt ok ja, am Schiff kann ich die Tür dann nicht zu machen, wenn ich in die falsche Richtung guck beim rausgehen weil die Tür in der Wand verschwindet hm hatte ich vorhin und wollte ich das Tor wieder zu machen und ich dachte, warum kann ich das nicht, warum kann ich das nicht close machen na, guck zur anderen Seite oh, sieht irgendwie anders aus ach, das ist ne Wand hm weil du die Ecke da so komisch gezogen hast äh, ja jo, teils ja, ich bin da irgendwie blöd ausgekommen ja aber ich wollte halt vorhin zu haben und deswegen hab ich das nicht mehr großartig geändert hm ja, manchmal bei, bei Gelegenheit vielleicht wenn wir hier wieder einen xp-boost haben hier für Farming ist der Tür, glaube ich, was haben wir da ja, ich glaube ich geh gleich aber auch offline ich hab grad mal knapp 200 Holzer und bin schon halb voll vom Gericht her ok ja, allzu lange mach ich's auch nicht mehr das ähm, weiß ich nicht wie gesagt war ein bisschen früher wie die letzten Tage ja das war nicht jetzt ja wieder Reha-Sport hatten ah, ok oh, Stein wohl nicht mitnehmen fahrig fort am besten den ganzen öh, ok ein Stein, acht Kobalt was, 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 was oh ne, hau ab so na komm her nimm mal schön auf die Nase weißt du noch eins und du ich wollte jetzt erst mal eben das hier renn doch nicht weg kroko keine falde mehr jetzt muss ich ja von hand schlachten das haut ab wer ist das denn da wo bist du da ganz hier hinten ich bin tot ich fasse es nicht live up nice more weight small speed also ich brauche ein small handling um ein größeres schiff zu bauen da brauche ich dann schon vier skill points für das nächste das kroko ist wahrscheinlich hinten bei meiner leiche das waren die gerade bei uns herum am sterben oder so das der untergänger was ich habe mir gerade meine gedampfe ich weiß gerade nicht so ganz was du von mir was habe ich damit am wochenden angest du bist angestellt so jetzt wie geht es dem schiff es lebt im gegensatz zu domenik alles gut ich lebe wieder ich bin auf dem schiff drauf ja und es wurde nichts repariert kannst ja gerne machen und dann kam mir gerade die 34 und eins davon hat domenik vernascht ja fand ich zum anbeißen könnte man so sagen scheiße ich will man tauchen ja bring mal ein fisch mit das ist eine gute idee das ist eine gute idee hm das ist einfach nicht hm hm um hier hab jemand drauf so holz habe ich jetzt hab ich jetzt ich brauche nur zwei für den scheißbinden kann nur eine kosten ach so ist mir viel Piper 3 ich brauche nur zwei ach ja wie schön das wird mit der guten grake dann sieht es bei dir so aus wie bei mir die spielten um in sky alter hab ich mich jetzt gerade erschrocken dann legt der mir den man da auch nicht ins bild ich denke was ist das denn jetzt du wolltest einen mann da du kriegst ja ich bin ich bin da lang spaziert ich nicht mehr ich hab null irgendwas wird hier aufgepressen du ich nicht ah ne dein schiff vom kroko grad etf so phoenix ja dein wachtturm ist fertig wo ist denn der ja wie wo ist denn der im tor da komm her ich hab ein level ab mit fenster und leiter und keine ahnung welches level bist du eigentlich phoenix repair skills wäre glaube ich besser oder ich bin level 12 keine ahnung ok bitteschön ich hab drei skill point dankeschön so ich hab jetzt mal von da oben aus wenn viele krokodile da sind dich hochskillen indem du die von da aus abknallst dann kletterst du runter wenn du fertig bist sammels deine pfeile next ja was soll ich denn jetzt abreden hier weaving was ist weaving keine ahnung ich hab alles noch ja so secrets of building brauche ich dafür ok brauche ich dir eh das sind wooden billboard und sowas wooden wall aber ich brauche später glaube ich noch einen anderen tor auf die andere ecke rechts vom tor ganz viele viele alle 10 meter ja was ne hier auf die ecke auch noch einen und ich glaube hinten beim shift am tor muss ich mal gucken auf der einen ach stimmt ja da war ja was das schiff steht ja gar nicht im hafen ok wenn ich jetzt repass ich habe zweimal ich habe glaube ich jetzt plus 50 prozent repair was hast du hier bringt der turm nicht so viel plus 50 prozent repair also 50 prozent liga wenn dann muss ich den turm irgendwo hier hinbauen boah ein hai das heißt genix bist du auf dem schiff ne da taucht ja gerade ein hai hinterm schiff auf und der war nicht gerade klein hae sind irgendwie nie klein ich glaube den nächsten turm brauche ich irgendwo hier hin hier so hier ja felke ja felke nicht das für pool hm dann hier so hm dann hier so hm und dann kriegt der turm vorne einen laufsteg dran der so ein bisschen wasser rein ragt und dann könnt ihr euch da oben drauf stellen und Fische fangen was war dat was machst du da alter hä wer warum fährt das schiff warum fährt das schiff ich höre nur kaum stich oh das schiff muss repairt werden ich bin dabei ich habe aber gerade einmal kurz die segel runter gelassen und auf einmal fährt das ding ich verstehe nicht warum so anker wieso lässt der automatisch den anker hoch wenn du die segel runter machst geht der anker hoch ja warum beim fluss aber auch äh echt ja hat mir kacke so so Schrank no ground no ground ja toll also man kann vom Steg aus über die Mauer springen also die Tür ist total unnötig vom Steg aus ja komm mal mit ja ne dann ist gut zu wissen mach ich die Mauer höher da kommst du oder hast keine Zeit bin ja unterwegs guck mal Tür ist zu siehst mich ja ja ok wird geändert jetzt sind Mauer 3 hoch wegen mir ey ich sag's dir ne ich mach das ja nur an so ein paar Stellen nicht überall fort knocks und das sieht ja auch relativ gut aus so jetzt haben wir auch einen Schrank auf dem Schiff also sollen wir jetzt oder habt ihr auch ein Bett auf dem Schiff äh wir haben ein oh äh vielleicht sollte ich eins davon aufstellen ne hast du was ist das ganze Fiber verbaut was Fiber oh sorry äh ne hab ich hab ich hab ich sorry bringst du's bitte zurück ja 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 ich hatte auch noch nicht ich wollte auch noch ein bisschen Fleisch mitnehmen also ich fahr noch nicht vor allem äh geh ich jetzt sofort pennen ich fahr jetzt bestimmt nicht mehr ja hast du du gestorben ja ich ich mach jetzt eben über ich mach jetzt mal eben da äh beim Floß am Steg die Mauererhöhung und dann äh geh ich auch gleich offline also spätestens um halb bin ich offline scheiße was mach ich dann die Nacht noch keine Ahnung weiter zocken Farmen Farmen dann kann ich morgen noch zwei Türme bauen Sloop Sloop dann kann ich dir sag mal hier vorne am Seeg der Turm hier am 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 Dingens da kommt ein Turm hin mit einer äh mit einer äh Plattform die so ins Wasser rein ragt dann kannst du von oben aus die Angel runterschmeißen Joa dann kannst du angeln von da oben ja aber muss weit mehr sein fürs Angeln ich hab mir grad ein tutorial Video angeguckt ah ok dann muss die Plattform sehr lang werden wenn das geht äh denk ich nicht äh hast du schon zurückgebracht Dominic? ne ich bin gerade hinter dir ich bin nicht zu lange da hast du auch kein Holz dabei da ist auch noch 106 Holz und noch 237 Set bitte ja nein äh warte mal bed 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 ist hier morgens ich das hol war's travel 10 余 Leute keine ahnung klar Okay, man kann sich auf die Keine Ahnung teleportieren. Man kann auf der Keine Ahnung rejoinen oder respawnen. Ja, klar. Verdammel. Ja, und das Bett heißt jetzt Slup Slup. Slup Slup? Slup Slup auf der Keine Ahnung. Ja. Kapitän, wo sind wir? Keine Ahnung. Ja, genau. Wo sind wir? Keine Ahnung. Nein, wo sind wir? Ja, keine Ahnung. Was ist denn jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Oh, geil. Komm, jetzt ohne Fax, wo seid ihr? Ich habe mir gesagt, keine Ahnung. Oh, wie dämlich. Ja, wieder schön doof. Hast du ein Glück, Digger? Hä? Das wurde da gerade die Wand hinsetzt, als er da drüber gesprungen kam. Was? Scheiße. Oh mein Gott. Der kam hier gerade über die, über die Wand gesprungen, wo er meinte, von wegen, komm mal, das muss ich dicht machen. Als er, als er da drüber gesprungen kam, wollte ich gerade in der Wand sitzen. Okay. Ey, der kam mit dem Krokodil hinterher, hast du das gar nicht gesehen? Ja, ja, klar, hab ja gesehen. Wollt ihr den Arsch beißen? Ja, ja, ich hab den nur springen gesehen. Und dann kam mit dem Krokodil durch die Wand geflogen. Oh, so ein Trinkwasserfass auf dem Schiff wäre auch noch eine Idee, ne? Ja. Also das nächste Schiff sollte Gipsig heißen, weil wenn da irgendwer was fragt, dann sagt es einfach, gibt's nicht. Äh, ah toll, Metall hab ich genug. Holz zu wenig, Keratinoid zu wenig, Fibers zu wenig. Ich hab alles hier zurückgepackt. Okay, warte. Welches Level hat denn dieses Krokodil? Was? Hört sie nicht. Steht da in der Regel. Wenn du drauf schießt, dann siehst du das. Level 9? Level 9. Ja, schieß drauf, damit du siehst, welches Level es hat. Ist auf jeden Fall die beste Idee. Na, jetzt verpisst es dich, oder was? Oh, die Climbing-Pick ist broken. Nein, ich hab's nicht getroffen. Aber ich. Tropf. Ich hab mal eben alles wieder in den Schrank zurückgepackt. Also auch alles aus der Werkbank. Äh. Wo ist der... Ach, da ist der Sparrow. Äh, warte mal. Kann man da echt nicht mehr drüber springen? Ja, bin ich jetzt am Arsch? Ja, das. Das braucht man auch nicht. Und? Geht oder geht nicht? Nee. Aber wenn jetzt ein Krokodil kommt, dann bin ich nicht am Arsch. Dann bist du am Arsch. Das beißt sich sowas von in dir fest. Ich hab's mal in dir frei. Nein. Wo? Weil, äh, da, da, wo du schon einmal repariert hast, komm mal hier. Ich, ich seh dich. Warte. Warte, warte, gib mir ganz kurz, ich muss auf die andere Seite da. Boah, ich hab was. Was? Was? Hier? Hier. Hi. Du Drecksack, ey. Ja, das ändere ich auch so voll ab. Voll mal, als ob ich da feint wäre oder so. Du Drecksack. Guck, wenn wir noch genug haben, dann wird der Dreck abgeändert hier. Ich bin ja wohl nicht. Hä? Reicht das noch? Warte mal, wir gucken mal. Wie weit ich springen kann. Bis hierhin. Hast du gesehen, wohin? Warte, 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 warte. Kannst du nochmal vorwarten? Warte, ich mach's auch. Ich brauch nur so. Ist jetzt da scheiße, ey. Jetzt können sie von Winterholz-Farmen gehen. Schaubste? Ja. Komm, wir machen Jump'n'Run. Nein, 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 guck mal hier. Von nach außen. Ja, ich weiß. Ich bin doch, hab ich doch gerade auch gemacht. Echt? Ja. Kommt man noch weiter? Für Andi? Damit der Meer repar... Nee, weiter kommen wir nicht. Schade. Oh, raus kommt man aber auch gut. Also, ich hab's bis hier geschafft. Braucht wer'n Fisch? Äh, nö, aktuell nicht. Ich hab' gerade, glaub ich, sogar Fisch im, äh... Feuer. Alter, ist die Wand hier, ist ja kaputt hier. So, ich hoffe, er jetzt passert. Warte. Warte. Ich hab' mal einen beigestellt. Fisch geholt hier. Da schwimmt wieder irgendetwas. Ein Shark. Da schwimmt ein Hai vor der Ecke. Ja, ich weiß. Dem bin ich ja gerade entkommen. Wir machen noch platt. Äh. Könnte, könnte noch gehen. Er kommt nicht mehr drüber. Ja, warte, warte, warte. Ja, ich hab'n Fisch hier. Äh. Ah, doch, das geht bestimmt noch. Ja, dann muss ich mal ein bisschen holzwerden. Ich muss ja noch eins beisetzen. Meinst, das geht noch? Ah, fuck, fast. Ah, ich klasse. Aber, oh, wey. Doch, ist, ist ganz gut. Ihr zeigt mir jetzt gerade die Schwachstellen. Ja, ja, eben. Das heißt, ich weiß, wo ich ausbessern muss. Oh, ich war fast. Ich war schon in diesem Mauernglitch da. Ich bin rün. Im Ernst jetzt? Ja. Boah, du Ratte, ey. Ja, ich auch. Das geht bestimmt noch weiter. Einmal richtig gesprungen, ganz locker. Ja. Also muss ich doch noch ein Cent länger ziehen. Ja, also eins muss auf jeden Fall noch bei. Ja. Oh, ich glaub, du kommst sogar noch drüber. Was? Über den zweiten. Ja. Na, oben drüber wäre scheiße. Das fände ich jetzt scheiße, wenn ich den nö. Gehen muss. Das ist so knapp. Dann passt das auf den Hauptdecker nicht mehr rein. Oh, warte, 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 warte. Warte. Hast du es auch noch was? Warte, ja, wenn. Warte, stell dir durch mal. Nein, nein, nein. Warte, geht das? Das haben sie, glaub ich, gefixt im Game. Nee, das geht nicht. Das haben sie gefixt. Ja, warte, vielleicht war ich auch einfach nur zu nah. Oh, fast. Das haben sie, glaub ich, von ARK raus schon. Ja. Sobald ich auf die bin, kann ich nie mehr springen. Okay. Das haben sie, glaub ich, von ARK. Nee. Oh, ich will da noch einen weiter. Mann, Andi, mach mal schneller, ich will um die eine Mauer auch noch rum. Das ist schon arschig. Oh, ich hab ne grandiose, ich hoffe, komm mit. Kommt man da irgendwie hoch? Kommt man den Stein irgendwie hier hoch? Stimmt. Den einen Stein da? Den einen kommst du normal nicht hoch. Sicher? Hast du schon Kampferproben? Was hast du geschafft? Ey, Andi. Andi. Alter. Alter, ihr macht mich fällig. Alter, aber auch. Ja, ich hab's auch gemacht. Ja, ich bin auch drüben. Sollen wir mal die Mauer lang spazieren? Hi. Ich glaube, das geht nicht. Leider nicht. Ist das schön. Ach ja. Hast du jetzt ein Stück gemacht da? Noch länger. Ja, ja klar. Ja, okay, gut. Ich hab das oberen noch ein Feld länger gemacht und unten noch mal ein Feld länger. Oh, da schafft man auch noch. Komm her, da schafft man. Ey, mach keinen Scheiß, Digger. Im Ernst jetzt? Ich glaube schon. Das ist übelklapp. Oh. Also da kommt schon ins Schwitzen. Das ist, glaube ich, Endstufe. Das ist, glaube ich, Endstufe. Ist das easy, da den Stein hochzukommen, den Felsen hochzukommen, Digger? Ja. Ja, wenn du ein bisschen logisch denkst. Du gehst erst auf den Felsen daneben, von dem aus kommst du auf den großen und von das ist die Fremdung großartig reinkommen, oder? Ja. Die erste Linie jetzt, oder? Ja, ja. Ja, ja. Oh mein Gott. Das war aber verdammt knapp. Das war hart. Das war hart. Oh Gott, ich hab dich ja drüber zu springen. Irgendwas haben wir angegriffen vor den... Was war denn das? Oh. Ein Koko. Oh, keine Pfeile. Keine Pfeile. Ich auch nicht. Nein. Warum will er mich? Was? Noch ein Koko. Aha. Finde ich gut, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Wo seid ihr? Aha. Bist du Phoenix? Warte da hinten. Phoenix ist tot. Ne, noch nicht. Doch, der ist gerade gestorben. Der ist nur im Bett schon wieder respawnt. Wo ist mein Metall? Wo ist mein Metall? Wo ist mein Metall? Da. Oh Mann, die Krokus haben jetzt voll die gute Laune für den Raum. Dann jump halt gleich noch ein paar Mal über die Mauer. Da hast du ja bessere Laune. Ja, ich schaff das auch heute noch. Morgen früh sind die beide immer noch wach. Der eine immer noch am Bauen, der andere immer noch am Jumpen. Ich hab den letzten... Was hast du? Letzten Pfeil abgeschossen, ich hab den abgestaubt. So, ich geh hoch. Und dann... Ah ja. Ja. Mann, das gebrochene Bein sind mal weg, dann probier ich das letzte Mal und dann geh ich, glaub ich, auch offline. Wie gehst du offline? Du sollst farmen. Nee. Dann mach ich morgen länger oder so, morgen ist Freitag. Lol. You can yell In Klammern Long Distance Voice Ja, wusstest du das noch nicht? With delete. Das braucht aber alles Stamina. Das braucht aber alles Stamina. Also schreien quasi. Ja. Das war irgendwie B und Enter oder so. Nee, delete. Ich bin schon gar nicht mehr drauf. Hallo. Ah, ey. Ihr schreit, Mann. Aaah. Ich hab's herausgefunden.